Hallo und herzlich willkommen zurück zum weiteren Video von meinem Kanal. Du bist wieder auf der Suche nach ein paar interessanten Webseiten, mit denen man online Geld verdienen kann? Dann bist du auf jeden Fall genau richtig, denn ich stelle dir in diesem Video wieder ein paar ganz interessante und vielleicht unbekannte Seiten, die du noch nicht kennst, vor. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Wenn dir allgemein Videos rund um das Thema online Geld verdienen interessieren, schau gerne mal auf meinen Kanal vorbei. Drei Videos kommen pro Woche. Und wir haben mittlerweile 71 Abonnenten erreicht. Nur noch 29 Abonnenten bis zu den 100, was richtig krass wäre. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Denn bei 100 Abonnenten, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ihr werdet auf jeden Fall mehr Videos bekommen. Ja, das kann ich glaube ich verraten, ja. Deswegen umso früher wir die 100 Abonnenten erreichen, umso früher werdet ihr mehr Content haben und mehr Webseiten sehen, mit denen man online Geld verdienen kann. Ja, deswegen abonniert auf jeden Fall fleißig. Ich würde mich freuen, wenn wir die 100 Abonnenten bald erreichen können. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Bevor wir aber wirklich loslegen, muss ich noch kurz eine Sache erwähnen. Und zwar geht es um die Plattform Testerheld, zu der ich ein Video gemacht habe. Und zwar hat einer geschrieben, dass er nicht mit Paypal überweisen kann. Und auf der Plattform Testerheld kannst du erst ab 50 Euro ausbezahlen, was relativ viel ist. Und du kannst entweder mit Paypal oder mit Banküberweisung auszahlen. Und er hatte 51 Euro, konnte aber nur mit Banküberweisung auszahlen. Ich habe ihm dann gesagt, er sollte dem Support schreiben mit E-Mail. Und die haben dann gemeint, derzeit bieten wir keine Auszahlung via Paypal an. Sobald Paypal wieder zur Verfügung steht, kann dies bei der Auszahlung ausgeholt werden. Bis dann steht ausschließlich der Auszahlung per Banküberweisung zur Verfügung. Ja, dementsprechend wollte ich nur kurz erwähnen. Auf allgemein, laut Webseite kann man mit Paypal und mit Banküberweisung auszahlen. Aktuell wohl nur mit Banküberweisung und nicht mehr mit Paypal. Das wollte ich nur kurz hier in dem Video erwähnen, weil falls jemand auf Testerheld Geld verdienen möchte und dann die 50 Euro erreicht hat, was ja relativ viel ist, 50 Euro, und dann merkt, ey, ich kann gar nicht mehr Paypal auszahlen, dann wäre das richtig blöd. Deswegen, falls ihr auf Testerheld Geld verdienen wollt, schaut da gerne vorbei. Wie gesagt, ich habe da auch ein Video zu gemacht. Aber es ist ganz wichtig, ihr könnt hier aktuell zumindest nur mit Banküberweisung auszahlen und nicht mit Paypal. Wollte ich nur ganz kurz erwähnen in dem Video. Jetzt geht es aber wirklich richtig los. Tut mir leid für die lange Einleitung, jetzt geht es wirklich los. Die erste Plattform, die ich euch vorstelle, ist die Plattform Tutkit. Das ist eine Plattform, wo ihr eure Tutorials oder Kurse und Assets veröffentlichen könnt. Mein klassisches Beispiel, wie man eh kennt, was man damals in der Schule wahrscheinlich beigebracht hat. Excel, zum Beispiel hier. Excel-Grundlagen, Einführung für Anfänger. Könnt ihr hier Kurse und Ähnliches veröffentlichen. Ihr geht bis ganz unten. Dann findet ihr unten den Button Trainer werden. Ihr könnt ihr die Sachen natürlich auf Deutsch veröffentlichen. Das ist eine deutschsprachige Plattform. Das heißt, ihr müsst kein Englisch können. Ihr könnt die ganzen Kurse auf Deutsch erstellen. Und ja, du verdienst Geld. Du multiplizierst dein Wissen und etablierst dich als Experte. Wie das Ganze bis zur Öffentlichung aussieht. Du planst und konzeptierst deinen Kurs. Du erstellst ihn. Der wird überprüft. Und dann wird er mit Glück veröffentlicht. Ja, könnt ihr hier eben eure Sachen veröffentlichen. Verschiedene Tutorials, wie man hier sehen kann. In ganz vielen verschiedenen Bereichen. Assets, Vorlagen und so weiter. Könnt ihr eben eure Sachen veröffentlichen. Und eine passive Einnahmequelle aufbauen. Was ich auf jeden Fall ganz cool finde. Könnt ihr ja gerne mal abchecken. Ist eben made in Germany. Die nächste Seite, die ich euch heute vorstelle, ist die Plattform Stuvia, I guess. Ich denke, Stuvia. Stuvia, Stuvia. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, Stuvia. Und das Ganze ist eine Plattform, wo ihr eure Schul- bzw. Studiennotizen verkaufen könnt. Dazu geht ihr bis ganz nach unten. Und dann hier auch Verkaufe bei Stuvia. Und hier steht es dann auch ganz schön. Verkaufe deine Unterrichtsnotizen in Sekundenbruchteilen. Deine Zusammenfassungen, Klassennotizen, Studienführer und zusammengefasste Lehrbücher sind geldwert. Stuvia ist eine Plattform, auf der all deine harte Arbeit zu Geld gemacht werden kann. Wir bieten eine großzügige Provision für jeden Verkauf. Ihr werdet eben dann dafür bezahlt. Und auch das ist eine passive Einnahmequelle. Denn du lädst deine Dateien, deine Notizen einmal hoch. Und ab dann bekommst du passiv Geld. Wie hier so schon steht, verdiene Geld im Schlaf. Du bestimmst den Preis. Und dein Wissen ist dementsprechend eben Gold wert. Wie viel kann man denn überhaupt verdienen auf der Plattform? Das durchschnittliche Einkommen ist ca. 76 Euro. Was vollkommen okay ist, würde ich behaupten. Weil es eine passive Einnahmequelle ist. 76 Euro im Monat quasi unter Anführungszeichen geschenkt bekommen. Ist doch eigentlich ganz cool. Durchschnittlich 17 verkaufte Dokumente pro Monat. Durchschnittlicher Gewinn pro Verkauf 4 oder 35. Durchschnittliche Anzahl an Tagen bis zum ersten Verkauf. Sind drei Tage, was auch vollkommen okay ist, finde ich. Verkauf enthält deine Zusammenfassungen und dein Wissen mit anderen. Ja, wir gehen ein bisschen weiter nach unten. Da steht noch irgendwo, wie funktioniert das Ganze. Hier steht dann nochmal Zusammenfassung von Lehrbüchern und so weiter. Wichtig, deine ganzen Dokumente bleiben dein Eigentum. Du bist 100% Eigentümer deiner Zusammenfassungen. Käufer haben nur das Recht, die Arbeit für den eigenen Gebrauch anzusehen. Die Weitergabe deiner Arbeit ist illegal. Und da steht hier noch so ein bisschen was. Es ist eben eine passive Einnahmequelle und das ist halt mega nice. Die Plattform ist so ausgerichtet, dass Verkäufer einen guten Ruf sich unterscheiden können und gute Provisionen bekommen. Man verdient eine Provision für jeden Verkauf. Also du wirst halt für jeden Verkauf eben bezahlt, beziehungsweise bekommst du die Provision. Und eben ohne, dass du was dafür machst. Und hast eben nach Jahren immer noch Geld von einem einzigen Upload. Und hier steht dann nochmal ein bisschen was von Zusammenfassungen zu aufsetzen. Anleitungen, Notizen, Aufgaben mit Lösungen, Zusammenfassung von Lehrbüchern und so weiter. Findest du hier halt alles, beziehungsweise kannst du eben dementsprechend das alles auch hochladen und veröffentlichen. Und hier wurden schon über 2 Millionen, 2,2 Millionen Dokumente verkauft. Und gibt es noch hier ein kurzes FAQ. Hier zum Beispiel der Minimumpreis ist bei 2,50 Euro, aber du kannst den Preis selber bestimmen. Hier eure Sachen zu verkaufen kostet gar nichts. Du meldest dich umsonst an, bekommst einen Account. Es wird aber eine kleine Kommission verrechnet, aber soll vollkommen okay sein. Wichtig ist aber wiederum bezüglich Urheberrecht. Beim Schreiben einer guten Zusammenfassung ohne Verletzung des Urheberrechts sind einige Dinge zu beachten. Beispielsweise dürfen die Texte nicht wörtlich kopiert, aber sie dürfen sie zitieren. Dabei müssen sie korrekt zitieren. Das ist vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig. Ansonsten könnt ihr hier eure Notizen, die ihr damals im Unterricht gemacht habt, hier veröffentlichen. Und ich finde das mega cool, muss ich sagen, dass man damit noch Geld verdienen kann und eine passive Einnahmequelle hat. Finde ich mega nice. Eine weitere Plattform, die ich vorstelle, ist wahrscheinlich eine etwas unbekanntere und eine Plattform, mit der man vielleicht nicht gerechnet hätte. Und zwar die Plattform Erento. Das Ganze ist eine Plattform, wo du dein Wohnmobil und ähnliches vermieten kannst. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt eine Plattform oder eine Einnahmequelle, womit ich es so gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber eigentlich eine mega interessante Einnahmequelle, finde ich persönlich zumindest. Weil du hast ein Wohnmobil vielleicht zu Hause, mit dem fährst du einmal im Jahr oder so in Urlaub und ansonsten steht es nur zu Hause in der Garage. Und wieso das dann nicht in der Zeit, wo es in der Garage steht, vermieten und damit noch Geld verdienen? Und ich finde das mega smart und mega cool, aber das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich habe die Webseite zufällig einmal entdeckt. So, ich finde das mega cool. Und du kannst hier, wenn du bis ganz nach unten gehst, auf Vermieten bei Erento drücken. Und dann gibt es hier ein paar FAQs, ein paar Fragen, die man sich durchlesen kann. Und hier steht dann auch, um ein speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zu halten, sprechen sie mit unseren Kundenberatern. Sie entwickeln gerne gemeinsam mit ihnen die bestmögliche Vermarktung ihrer Produkte. Und dann kannst du dir eben eine E-Mail an beratung.erento.com schicken oder dich hier anmelden. Und kannst dann hier eben deine Wohnmobil und ähnliches vermieten. Und ich finde das halt mega cool irgendwie. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das eine mega coole Einnahmequelle. Du wirst damit nicht reich werden, klar, du wirst damit nicht reich werden. Aber so ein bisschen Geld nebenbei ist so mega cool. Also ich finde das eine mega coole Einnahmequelle. Die ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Auf jeden Fall mega nice finde ich. Eine weitere Seite, die ich dir vorstelle, ist die Seite myfonts.com. Das Ganze ist eine Plattform, wo du Fonts und ähnliches veröffentlichen kannst. Eben Schriftarten und ähnliches kannst du hier veröffentlichen. Ganz verschieden in allen möglichen, ja wie sagt man denn, Typen, Styles, whatever. Ja, könnt ihr eben eure Fonts veröffentlichen. Ich weiß, jetzt sagt der eine oder andere wahrscheinlich, ja ich kann das gar nicht. Ich kann das selber gar nicht. Ich bin da zu dumm für, zu unfähig, was auch immer, ja. Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr das machen könnt. Und zwar, ihr geht auf eine Plattform wie Fiverr und sucht euch dort jemand, der Fonds erstellt, ja. Hier zum Beispiel einer mit 288 Bewertungen, 4,9 Stern für 9,79 Euro. Ja, dann lässt euch ein paar, vielleicht nur erstmal, vielleicht nur eines, ansonsten ein paar Designs erstellen, ein paar Fonds. Und könnt die dann hier eben unter anderem auf myforce veröffentlichen und damit Geld kassieren, äh, verdienen. Und das Coole daran ist, es gibt tausende Plattformen, wo ihr eure Fonds dann veröffentlichen könnt. Ja, das heißt, ihr habt nicht nur, könnt das nicht nur auf einer Seite veröffentlichen, sondern auf, keine Ahnung, auf zehn verschiedenen Seiten veröffentlichen und habt dann auf allen zehn Seiten eine Einnahmequelle. Und eine passive dazu, ihr habt gar nichts dafür gemacht, ihr habt von einem Fiverr das Ganze gekauft und könnt das hier veröffentlichen und, ähm, habt dann damit eine passive Einnahmequelle. Ihr müsst aber nur schauen und wissen und hoffen, abklären, ob ihr dann natürlich auch die Rechte habt, das Ganze zu nutzen. Ähm, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig bezüglich Urheberrecht und ähnliches, dass das auch alles funktioniert und passt. Aber dann könnt ihr das auf allen Plattformen veröffentlichen und damit Geld machen und finde ich mega, mega cool. Also, mit Urheberrecht meine ich jetzt nicht, dass der irgendwas benutzt, was urheberrechtlich geschützt ist bei eurem Fonds, was dann etwas, äh, belastend wäre für euch dann. Wenn es dann zu irgendwelchen Problemen kommen würde, deswegen das immer abklären und abchecken, ob das alles passt. Aber ansonsten finde ich das auch eine mega coole passive Einnahmequelle, ja, wir hatten heute eigentlich nur mehr oder weniger passive Einnahmequelle. Das ist eine passive Einnahmequelle, das im Grunde auch, das, ja, kann man auch sagen, ja, und das auch. Also, finde ich mega cool, vielleicht, ähm, war die eine oder andere Seite dabei, die ihr noch nicht kanntet. Wenn euch Videos unter dem Onlinegeldverdienen interessieren, wie gesagt, schaut gerne auf dem Kanal vorbei, lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal, da würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, also wirklich würde mich extrem freuen. Damit supportet ihr diesen Kanal und es kann in Zukunft auch weitere solche Videos geben. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Onlinegeldverdienen und dann bis zum nächsten Video. Bis dann, lasst krachen und tschüss.